Dann kam sehr spät in dieses Turnier. Das heißt, seine Meldung wurde sehr spät akzeptiert, eine sogenannte wilde Karte. Aber er wurde dann doch gesetzt und zwar an zweiter Stelle hinter Stefan Edberg. Wiederum ein Volley, den ein Edberg in seiner Normalform nicht verplatzen würde. Der erste Breakpoint für Ivan Lendl. Der erste Breakpoint für Ivan Lendl. das fehlt die sicherheit mit der übernände spielt 30 beide die die Und obwohl Edberg hier hervorragende defensive Tennis zeigt, ist Lendl hier aufgrund seiner gleichbleibenden Qualität in diesem Punkt erfolgreich geblieben. Aber Edberg scheint ein wenig besser sein Rhythmus gefunden zu haben. Das war's. Bereits zu eins geht Lendl im ersten Satz in Führung. Und wiederum war Stefan Edberg am Netz nicht entschlossen genug. Das war die Gelegenheit, als er diesen Ballwechsel an Ende hätte bereiten müssen. Und Ivan Endl wiederum mit einer brillanten Antwort auf Stefan Edbergs Volley da. Wunderbarer Passierschlag. Applaus Stand up! Stand up! Stand up! Stand up! Stand up! Stand up! breakpoint für die mann und sollte dieser punkt für stefan edberg verloren gehen dann dürfte ihm der erste satz so gut wie entlitten sein von der grundlinie aus brillant dieser zwei breakpunkte also für stefan edberg großartige chance großartige chance den herrückstand hier zu verringern natürlich kraft und geschwindigkeit das war die antwort in guter kürzierung von die wandel ein weiterer breakpoint bleibt stefan edberg noch damit hat stefan edberg einen punkt zurückgewonnen ein breakpunkt zurückgewonnen wenn man so will der spielstand 42 und jetzt ist entscheidend was er mit seinem eigenen aufschlagspiel macht ein wunderbarer klub der golf und country club in jersey comock long island new york und stefan edberg versucht hier auf 45 zu verkürzen er muss sein aufschlag hier gewinnen sein aufschlagspiel sonst ist der erste satz blöden 3 5 0 30 zweiter aufschlag wiederum als er an seinen netzgang ging dass er probleme bekam 3 z punkte für die waren und dann steht es 6 zu 3 Und Ivan Endel gewinnt den ersten Satz mit diesem Ergebnis nach einer relativ enttäuschenden Leistung von Stefan Edberg. Mir scheint, dass Stefan Edberg im Augenblick sehr, sehr, sehr nervös ist. Er hat seine Fähigkeiten am Netz so gut wie ganz verloren. Und in diesem Wettbewerb zwischen den Passierschlägen von Ivan Endel und den Volleys von Stefan Edberg am Netz, den beiden entscheidenden Faktoren, wie ich zu Beginn des Spiels sagte, hatte Ivan Endel deutlich die Oberhand im Augenblick. Lange Rallys von der Grundlinie aus haben in der Regel dazu geführt, dass Ivan Endel die Oberhand behielt und Edberg das Nachsehen hatte. Und Herr Endel geht im zweiten Satz mit 1 zu 0 in Führung. Die Ivan Endels Bälle sind jeweils so tief, dass Stefan Edberg große Mühe hat, hier die Initiative zu ergreifen. Vergleich der Griffe der beiden Spieler. Links Lendel, rechts Edberg. Das war sehr schön präzise und tief. Und das zahlt sich noch aus. Das war ein schwieriges Volley und es dürfte ihm... Hier sehen wir es noch einmal. Jawohl, sehr schwer. Und sehr, sehr präzise. Und der Lob von Nendel war deshalb so schlecht, weil Edberg so gut gespielt hat und ihm unter Druck setzte. Zum Glück für Stefan Edberg war dies ein Aufschlagfehler. Sonst wäre es ein Punkt gewesen. Brillante Antwort auf den Aufschlag von Ivan Endel. Halbvolley und drin. Einer der kalvorisierten Schläge von Ivan Endel. Auch im Halbfinale gegen McEnroe kam er mit einem solchen aus dem Lauf geschlagenen Vorhand entlang der Seitenlinie zum Zug. Und das war einer der entscheidenden Bälle im letzten Satz bei einem der letzten Punkte. Und Edberg scheint am Netz doch ein wenig besser in Form zu kommen. Langsam, aber sicher ein weiterer Breakpunkt, aber noch für Ivan Endel. Zum Glück saufster Ball, die haben wir auf der anderen Seite des Netzes. Der erste Doppelfehler von Stefan Edberg. Und nicht nur das. Er liegt auch mit 2 zu 0 im zweiten Satz der Brückstand. Und das bedeutet, ein weiterer Break ist zu Lendel gegangen. Langlendel hat sich auch im zweiten Satz klar und deutlich nach vorne geschoben. Turnier Roy, den wir gerade einen Augenblick vorher sahen, der Trainer von Ivan Endel ist mit Sicherheit trotz einer etwas zurückhaltenden Gesichtsausdrucks sehr zufrieden mit seinem Schützling. Sehr, sehr knapp. Da darf er enttäuscht sein. Nicht präzise genug. Der Rhythmus ist inzwischen da, ist nicht mehr ganz so wild, wenn er einen Fehler macht, aber erst fehlt noch ein wenig die Präzision. Aber eine schöne Drohung von Edberg, die ans Netz kommt, reicht hier, um Lendel aus dem Rhythmus zu bringen. Edberg muss jetzt ein wenig waghalsiger werden, sonst klart sie nicht nur dieser Satz, sondern damit auch das Match. Der Rhythmus ist inzwischen dauernd. Der Rhythmus ist inzwischen dauernd. Der Rhythmus ist inzwischen dauernd. Das ist ein Ass war, aber Edberg ist nun mal jemand, der nicht allzu viel strattet. Der Rhythmus ist inzwischen dauernd. Untertitelung des ZDF, 2020